Albert Camus Skizze zu einem Roman R. heiratet eine Frau, die einen Geliebten hat, ihren Bräutigam. Sie gesteht es ihm offen. Er sagt, dass er sie liebt und dass es unwichtig ist. Rückblickende Eifersucht, nächtelange Verhöre und Fragen. Am Tag nach der Hochzeit kauft er Fahrkarten nach der Stadt, wo der ehemalige Bräutigam lebt, um ihn im Gesicht zu markieren, in einen Korken gesteckte Rasierklingen. So geht es jahrelang. Er schreibt ihr beleidigende Briefe. Frau X bei Frau A. Dann zwingt er sie, von einer Freundin zu verlangen, mit ihm zu schlafen. Ich bin beleidigt, erklärt er. Dann zwingt er sie, den gleichen Dienst von ihrer Schwester zu verlangen und so weiter. Verbot, in das Land ihrer Kindheit zurückzukehren, wo sie den X kennengelernt hatte. Und so weiter. Bis sie am Rand des Wahnsinns ist. Bis sie am Rand des Wahnsinns. Bis sie am Rand des Wahnsinns. Bis sie am Rand des Wahnsinns.